So und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und zwar wird es ein Slender Let's Play sein, wie man hier schon sieht. The Eight Pages. Ich werde noch weitere Slender Teile bringen, aber mal schauen, wie das jetzt hier wird. Ich habe schon viele Videos davon gesehen und ja, ich starte einfach mal das Game. Oh, komme direkt hier rein. Sehr still. Etwas neblig ist es auch. Aber wie bin ich denn hierher gekommen? Aus dem Boden gewachsen oder wie? Und die Texturen sind, naja, wurde glaube ich mit Unity Engine gemacht, also viel kann man da nicht draus machen. So. Aber eigentlich, ich glaube man, wenn man die Taschenlampe zu lang an hat, dann geht sie irgendwann aus. Wonach suchen wir natürlich nach acht Seiten. Sehr still. Dieses Geräusch geht mir so langsam auf die Nerven. Da haben wir schon was. Gibt es hier ne Seite? Ja. Verlust. Da kommt dieser Bass-Ton. Ich will das Sprinten mal für später lieber auf. Wäre natürlich richtig geil, wenn ich das jetzt schon durchspielen würde. Mal acht Seiten finden. Immer der Weg entlang. Ist der schon hier irgendwo? Nö. So langsam würde ich gerne mal die nächste Seite finden. Ich bin mal gespannt, wie lange der Part hier sein wird. Ich schätze mal so um die zehn Minuten. Wer weiß. Da sieht es gut aus. Ah, okay. Jetzt sind wir hier bei diesen komischen Öltankdingern, Bums, Schlingeling. Was weiß ich. Ist hier ne Seite? Da. Leave me alone. Okay. Das mach ich lieber. Aber du verfolgst mich doch. Ah, okay. Das ist das Haus. Vor dem hab ich am meisten Schiss. Ich hätte da lieber die erste Seite holen sollen. Okay. Okay. Ich hoffe, hier ist eine Seite. Hier schon mal nicht. Da geht's raus. Okay. Das merken wir uns mal. Ah, okay. Auf dem Stuhlige, ne? Und wenn er jetzt hier um die Ecke ist, dann krieg ich einen Kollaps. Was war das? Fuck. Okay. Ich muss jetzt schnell abhauen. Damit er uns nicht findet. Drei Seiten haben wir von... Oh, Alter. Oh. Drei Seiten haben wir von acht. Oh. Dieser Ton immer. Das Land an sich ist gar nicht so gruselig. Aber wenn dann noch dieser Ton kommt, dann... Boah. Ich hoffe mal, wir laufen jetzt hier nicht gerade zurück. Sind wir noch hinter uns? Ja. Ich mach lieber mal... Oh, ne. Das geht gar nicht. Ich muss die Taschenlampe anlassen, sonst sehe ich gar nichts mehr. Dieser Nebel... Alter. Dieser Nebel nervt aber auch richtig. Jetzt ist er weg. Okay. Okay. Loll. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Loll. Das ist ein Baum. Den Baum... So einen Baum hab ich noch nie gesehen. Okay. 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 Vierte Seite haben wir. Vierte Seite haben wir. Noch vier. Wo? Wo denn? Durch den Nebel sieht man aber auch nichts. Muss ich mal gucken. Ich glaub, man kann den abschalten. Ja. Jetzt kann sie nicht mehr rennen. Und jetzt sind wir an dem Zaun. Super. Oh, ich glaub, wir sind am Anfang. Lauf doch mal ein bisschen schneller, Mann. Das geht gar nicht. Wo? Seht ihr? Man sieht den nicht durch den scheiß Nebel. Ich muss unbedingt abschalten. Ich glaube, ich geh grad wieder den Weg, den ich schon mal gelaufen bin. Bin mir aber nicht sicher. Dann gehen wir mal hier lang. Hier ist kein Weg, aber gleich drauf. Irgendwas muss es hier geben, außer Bäume. Am nächsten würde ich mich irgendwie in die Ecke setzen und warten, bis er wird. Ah, wie ist der Zaun? Okay. Wie viele Seiten haben wir? Was ist eigentlich, wenn man alle acht Seiten hat? Wo muss man dann hin? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, zum Spawn zurück, aber... Mal gucken, ob ich ihn überhaupt wieder finde, wenn ich so weit komme. Ah, okay. Okay. Ist hier eine Seite? Ich hoffe, ihr hört mich noch. Nicht, dass irgendwie der Spielsound zu laut ist. Ich hoffe mal nicht. Ich hab jetzt überhaupt keine Lust, mich umzudrehen, weil er 100 Po hinter mir ist. Was? Was? Wo? Ach, komm. Ah, da steht er. Jetzt kann die Olle nicht mehr rennen, oder was? Komm, atme mal ein bisschen schneller. Da. Das ist jetzt überhaupt drin? Okay, okay, okay. 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 Das kann doch nicht sein, Mann. Ich muss jetzt mal irgendwas finden hier. Ich glaube, ich muss mal mehr in den Wald reinlaufen. Ich sehe, dass der Part zu lange wird. Ich glaube, die Taschenlappe ist schon etwas dunkler geworden. Ich weiß nicht genau, was hier ist. Man sieht gar nichts. Man sieht gar nichts. Null. Ah, hier haben wir doch was. Hier ist keine Seite, Mann. Wer? Aber geht gar nichts. Ich sehe gar nichts. Und? Oh, komm. Bitte. Das kann doch nicht sein. Hä? Okay. Ja, okay. So, das war mein erster Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn ich euch nicht großartig unterhalten konnte. Ich hoffe, das wird was mit den Slender teilen. Ich werde versuchen, alle durchzuspielen. Ja, und dann würde ich sagen, bis denne. Ciao.